Ich wollte früher immer Pilot werden, aber das war nicht mehr der Fall, weil ich schnell auf Tennis gewechselt habe. Aber Pilot wollte ich werden, weil ich lieb das Flugzeug. Ich bin sehr gerne im Flugzeug und ja, Pilot wäre es. Für mich ist Flow, wenn du auf dem Tennisball sitzt und du merkst, es läuft einfach alles. Du bist so im Rhythmus. Du kannst nicht machen, was du willst, aber es geht alles wie Butter. Du triffst den Ball so satt auf dem Schläger und dann läuft es einfach richtig gut. Ich würde sagen, WhatsApp ist fast das Einfachste, weil dann kann ich einfach allen schreiben, wenn ein Notfall wäre oder irgendetwas ist. Einfach schnell etwas zu fragen, ist WhatsApp für mich das Einfachste.